Name Sochi Kikuiri. 74 Jahre alt und ledig. Ich habe keine Hobbys und leide an Rückenschmerzen. Ah, warten Sie, bleiben Sie ruhig sitzen. Äh, äh, Hitoshi Tachibana. Ich bin, naja, 80. Hey, ist der Sinn hier? Nein, der war schon immer so, seit ich ihn kenne. Nochmal für alle, wenn die Welt wieder zu ihrem Ursprungszustand zurückkehrt und ihre Person sich von der davor unterscheidet, könnte das Probleme verursachen. Damit sich Ihr früheres Ich nicht verändert, müssen Sie regelmäßig niederschreiben, wer Sie sind und waren. Sollte sich nur eine Kleinigkeit verändert haben, bitte ich um eine Korrektur.